Moinsen Leute, es gibt mal wieder ein Video aus dem Sessel und worum es geht, wirst du rausfinden nach dem Intro. Also worum geht es in diesem Video? Ziemlich simpel, ich möchte dich nur abholen, was die nächsten Wochen bzw. Monate hier passiert, denn einige Sachen werden sich ändern. Jetzt denkst du dir schon, wieder so ein Channel-Update-Video? Ja, weil sich einiges tut und ich möchte mit dir bzw. euch immer offen und ehrlich umgehen und euch das immer mitteilen, damit ihr wisst, was jetzt hier Phase ist und nicht einfach, okay, da ändert sich was und keiner weiß Bescheid. Was hier die nächste Zeit passieren wird, ist ziemlich simpel. Ich habe jemanden kennengelernt und habe aktuell einen neuen Weggefährten in Bezug auf meinen Content. So ist es nun also aktuell so, dass jemand an meiner Seite ist, der mir ein bisschen unter die Arme greift, etwas mehr zu machen. Denn ich habe euch ja erzählt, dass ich gerne auch ein bisschen mehr Content machen würde, also mehr YouTube-Videos etc. pp. Und das zwischenzeitlich einfach zeitlich gar nicht möglich war. Denn es war so viel zu tun, dass man nicht mal zwei Videos die Woche rausgekriegt hat. Und ich habe immer so den Anspruch, wenn ich etwas sage, dann möchte ich das auch versuchen umzusetzen. Nur leider beim letzten Mal musste ich euch mitteilen, dass dem nicht so ist und ich das einfach gar nicht zeitlich schaffe. Jetzt habe ich aber jemanden an der Seite und da kommt was Schönes auf euch zu. So haben wir uns beide darauf geeinigt, dass wir für euch da draußen drei Kanäle bespielen. Das heißt, ihr habt diesen Kanal hier, auf dem ihr gerade dieses Video schaut, wo es meine Reviews gibt, E-Reactions, Judge Dizzy, die üblichen Sachen, die man so kennt. Des Weiteren, weil das ein sehr großes Thema auch in meinem Content ist und auch aktuell in meinem Leben, wird es einen Racing-Kanal geben, wo du dir ausschließlich Rennen ansehen kannst. Das heißt, falls du irgendwann mal im Stream nicht da gewesen bist oder keine Zeit hattest, kannst du dir auf YouTube diesbezüglich die Rennen nochmal ansehen. In voller Länge, nichts geschnitten und da kannst du reingehen und dir das täglich dann ansehen. Findest du unten in der Beschreibung den Link dazu. Dann haben wir uns noch überlegt, uns einen Shorts-Kanal zu machen. Dort wird es ausschließlich Shorts geben, also witzige Clips, die du dir angucken kannst. Und mehr wird da nicht stattfinden. Das heißt, wenn du jetzt gerade keinen Bock hast, bei mir den ganzen Kanal zu durchsuchen, kannst du einfach da hingehen und ein bisschen durchseppen und dann Spaß haben. Es gibt noch eine große Änderung, nämlich meine Katze ist zu Besuch. Beide Katzen sind zu Besuch, okay. Ab 1.6. wird es keine Worts mehr geben bei Twitch. Denn ich habe jetzt für eine ganz lange Zeit mal das ausprobiert, wie es nun ist mit Musikhören etc. pp. hin, her, kreuz und quer. Und habe mir auch das wirklich sehr lange überlegt, ob ich das machen möchte. Und aus folgenden Gründen möchte ich das abstellen. Für mich ist es einfach super unangenehm geworden, Worts bei Twitch zu gucken. Also ich persönlich konsumiere die auch von meinen Streamern, wo ich nicht da sein kann, währenddessen ich streame. Und da kommt so viel Werbung und du kannst nicht ordentlich durchskippen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großer Hässel geworden, sich ein Watt anzugucken von einem Stream. Und genau deswegen sind die aus. Ihr könnt also dann den Content, den es dort im Stream gab, wird es für euch aufbereitet nochmal bei YouTube geben. Da könnt ihr ordentlich durchsappen und durchskippen ohne großartige Probleme. Und ich denke, das ist für mich jetzt erstmal ein Schritt, den ich gehen möchte, weil ich das persönlich einfach schöner finde für dich da draußen als auch für mich da draußen. Des Weiteren wird wahrscheinlich der eine oder andere schon mitgekriegt haben, grafisch sieht es hier jetzt ein bisschen anders aus. Ich möchte nämlich einfach mal das in die Moderne heben und es wieder ein bisschen umarbeiten und ein bisschen schicker machen und einfach ein bisschen zeitgemäßer. Ich glaube, das ist ein guter Ausdruck. Darangehend wurde auch noch eine Kleinigkeit geändert und zwar der Discord wird jetzt aktiver genutzt, selbst von mir. Dort gab es ein paar Umstrukturierungen und die kannst du sehen, wenn du sofort auf den Discord kommst. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung. Dort gibt es zum Beispiel jetzt einen Announcement-Bereich. Und dieser Announcement-Bereich war ein bisschen schwierig einzurichten, weil ich habe am Anfang dort alle meine Videos von YouTube-Kanälen, Twitch-Stream, Twitter und Podcasts announced und habe einfach immer an alle geschrieben und das war super nervig. Da haben sich dann ein, zwei Leute zu geäußert, was ich auch nachvollziehen konnte. Und wir haben das jetzt ein bisschen anders geregelt. Oben gibt es einen Channel, der heißt Notification Gang. Und dort kannst du dir spezifisch für dich und das, wofür du dich interessierst, dir deine Rolle abholen. Das heißt beispielsweise, wenn du YouTube-Announcements auf Discord haben möchtest, weil du vielleicht kein Social Media benutzt, kannst du dir dort deine Rolle abholen und dann wirst du angepingt, wenn ein neues Video kommt. Selbiges gilt auch für Podcasts, Twitter als auch Twitch. Also das ist auch eine schöne Änderung. Dort sind auch ein paar Bereiche. Ich lese selber auch sehr viel mit und versuche auch dort wieder ein bisschen mehr teilzunehmen und so Input von euch zu kriegen, was euch fehlt, was ihr gerne hättet. Und einfach so die alltägliche Konversation suchen, weil mir das irgendwie doch etwas mehr Spaß macht in der Freizeit, als ich gedacht hätte. Und das sind so die Änderungen, die jetzt demnächst kommen. Lasst euch überraschen, wie viele Videos kommen, weil es wird ein bisschen mehr werden, als es jetzt ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das in positiver Art und Weise annehmt, indem ihr einfach die Kanäle abonniert, die euch interessieren. Dort eure Däumchen da lasst, einen Kommentar schreibt und mir einfach ein bisschen dabei hilft, mein Content etwas mehr auszubreiten für euch da draußen. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Dankeschön, dass du dir dieses Video angesehen hast. Schreib mir doch einen Kommentar, was du davon hältst. Oder du hast Input, was man vielleicht noch machen könnte, was man besser machen könnte. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Hab einen schönen Tag. Bis den Dansen. Lass es dir gut gehen. Das ist dir gut gehen. Bis er schkat. Bis dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020